Zur Einstimmung auf das Spielberg Musik Festival 2015, das in und rund um Spielberg stattfindet, lud das Projekt Spielberg Freunde und besondere Wegbegleiter zu einem Partnerabend in das Café Wasserturm ein. Wir haben gesagt, wir möchten gerne das Festival eröffnen, dass wir alle einladen und dazu ein kleines Konzert jedem Sponsor und jedem Partner einfach schenken. Und mir war da ganz wichtig, dass alle, die da mit dabei sind, die ganzen Partner, ein bisschen spüren, um was es da geht, um welche Art von Musik. Sehr geehrte Festgemeinde, wir werden keine Liege, aber es ist mir ein ganz besonderes Vergnügen, sie hat ja auch hier begrüßen zu dürfen. Neben guten Gesprächen bei kühlen Drinks in gemütlicher Atmosphäre, präsentierte die Band Gankino Circus eine verrückte und außergewöhnliche Show, die das Publikum zum Jubeln brachte. Wir kommen aus Diedenhofen in West-Mittelfranken. Wir spielen Stücke aus unserer Heimat aus Diedenhofen, die wir gelernt haben von unseren Großmüttern und Großvätern. Wir möchten ein bisschen das Leben, wie es bei uns im Frankenland herrscht, auch hier mit in die Steiermark bringen. Somit steht einem erfolgreichen Spielberg Musik Festival 2015 nichts mehr im Weg. Wollt ihr euch? 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 Vielen Dank.